Musik Hallo meine Freunde und Flüchtigen aus Tarkov Ja, mal wieder ein Video zu Escape from Tarkov, ich bin's wie immer, euer Ganschott Ja und ich hab mal hier wieder ein Video zusammen gebastelt Weil wir natürlich wieder ein bisschen was über Escape from Tarkov sagen wollen Gerade dadurch, dass es wirklich schon wieder so ruhig geworden ist zum Escape from Tarkov Beziehungsweise nicht lauter als in der letzten Zeit, gerade in der Closed Alpha Ist wirklich nicht viel, was die Entwickler preisgeben Was mich ein bisschen wundert, ehrlich gesagt Ich hab gedacht, während der Closed Alpha kommt da wesentlich mehr zusammen an rein theoretisch Videomaterial oder so, was sie uns liefern Aber bisher nichts, also muss ich mich so ein bisschen auf das beschränken, was ich im Endeffekt so im Internet finde Und da gibt's auch nicht wirklich viel Außer ein Interview, das mir im Endeffekt so ein bisschen ins Auge gestochen ist Und das habe ich im Endeffekt natürlich auch für euch wieder übersetzt Um euch da nochmal ein bisschen mit reinzubringen Und zwar wurden im Endeffekt die Entwickler nochmal interviewt zum Spiel Und mit einigen Fragen, die wahrscheinlich einigen von euch auch auf der Seele brennen Deswegen einmal übersetzt und gehe das mit euch jetzt einmal durch Ja, das ist so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel zwischen im Endeffekt natürlich dem interviewenden Team Und den Entwicklern von Escape from Tarkov So, starten wir einfach gleich mit der ersten Frage Und zwar wurde da gefragt, was war die Inspiration, ein Spiel mit solch dunklen Wurzeln zu schaffen Dazu sagten die Entwickler, dass es wohl mit einem ganz normalen Nachtraum kam Der aber wohl so viele Eindrücke hinterließ So dass man diese niederschrieb und begann etwas damit zu arbeiten Und alles letztendlich in eine postapokalyptische Welt aus einer alternativen Realität zu packen Das Thema der postapokalyptischen Welt und einer neuen Weltordnung hat die Entwickler immer fasziniert Und für das Projekt haben die Entwickler beschlossen etwas zu schaffen, das noch nie zuvor geschaffen wurde Obwohl es in einem alternativen Universum spielt Ist es nach eigenem Vorbild und nach voll und ganz realistischen Gründen geschaffen Die zu dem verheerenden Konflikt und zu den Folgen für die Welt geführt haben Kommen wir mal zur nächsten Frage Gibt es einen sozialen bzw. politischen Hintergrund, den die Entwickler mit dieser Story erreichen wollen? Ja, das ist offensichtlich Aber meistens eher soziale als politische Zunächst behaupten die Entwickler, dass es selbst in den dunkelsten Zeiten immer noch Menschen mit kühlem Kopf Unerschütterlicher Integrität und guten Absichten gibt Die versuchen die Situation zu stabilisieren und die meisten Überlebenden und dennoch zurückgebliebenen Menschen zu retten Die zweite Idee bei der ganzen Sache ist Wenn die schlechten Zeiten kommen und das Chaos steigt, dass die Reste der Zivilisation verschlingt Sich dann auch ehemalige Feinde vereinigen Und so auch die egoistischen, bösen und wertlosen Menschen ihre guten Seiten zeigen Und drittens wollen die Entwickler zeigen, dass obwohl Krieg und Kämpfe ein Teil der menschlichen Existenz seit Anbeginn der Zeit gewesen sind Diese keinesfalls gut sind und die Entwickler es vorziehen würden, dass die Spieler des Spiels mehr kritisches Denken und darüber hinaus entwickeln Und zur nächsten Frage Bei sämtlichen Themen und Videos rund um Escape from Tarkov wird immer wieder Hardcore betont Wie wichtig ist dieser Ausdruck in dem Spiel? Also die Entwickler wollen wahre Geschichten modellieren in einem alternativen Universum Und so ist es dem Entwicklerteam sehr wichtig, dass sich das Spiel so lebensnah wie möglich anfühlen soll Und die Spieler nicht dieses typische und plastische Tastatur- und Mausgesteuerte fühlen Gerade mit einer Reihe von Grafiken und Sounds sollen die Spieler in ein völlig neues Niveau des Eintauchens einer neuen Erfahrung gebracht werden Aus diesem Grund haben die Entwickler das Spiel mit Spaßprinzip verworfen Und obwohl es immer noch ein Spiel ist, sollte jeder es mit der Realität vergleichen Und raussuchen, was im Spiel aus der realen Welt fehlt Als nächste Frage wurde einmal das Problem angesprochen, das halt oft mit realistischen Spielen auftritt Ist die Wachsamkeit, die erfordert wird, gerade was Nahrungsaufnahme, Gesundheit etc. angeht Dies wird oft ein Ärgernis für die Spieler, dass das Gameplay behindert Mit all den gesundheitlichen und physikalischen Eigenschaften, die die Entwickler implementiert haben und das Spiel so beeinflussen Wie haben die Entwickler das integriert, dass die Spieler halt mehr in diese Notwendigkeit eintauchen, anstatt sie dadurch eher zu reizen Dazu sagen die Entwickler, dass sie von Anfang an gesagt haben, dass das Spiel kein Essen- oder Trinkensimulator wird Der Kampf oder die Exploration und die Freilegung von Geschichten dominieren nach wie vor das Gameplay Allerdings haben die Entwickler diese Dinge nach einem tieferen Sinn des Eintauchens und dessen Auseinandersetzung hinzugefügt Ja, spielt man als Skaff, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit zur Übertragung der Beute an die Hauptfigur Das hat ein bisschen was von der Diablo-Atmosphäre und doch ist es wirklich einzigartig Was hat die Entwickler dazu inspiriert? Also es hat sich nach einiger Zeit der Entwicklung bei den Entwicklern halt ergeben Da die Charaktere alles verlieren, wenn sie sterben, bringt es natürlich eine große Belastung für die Spieler Natürlich können auch die Härtesten eine Pechsträhne haben und Sterben ihre Ausrüstung immer und immer wieder verlieren Der Skaff-Modus bedeutet an dieser Stelle so weniger Stress und die Gelegenheit, das Spiel anders zu erleben Die Frustration, wieder loszuwerden, wieder Loot anzusammeln und vielleicht wieder mit Glück in die nächste Herausforderung zu starten Also kann das Spiel ein bisschen mehr Diablo-like mit mehreren Nicht-Skaffs sein, die ihr Gear oder Equip teilen? Dazu sagen die Entwickler theoretisch ja, aber es hängt halt total von der Spielweise der Menschen ab Diese können zunächst als Team spielen oder sich einfach für Raids zusammenschließen Ob sie den Loot etc. danach teilen, liegt ganz bei den Spielern Allerdings ist es, dass bestrebende Entwickler die aktuelle Überlebensspiele-Tendenz mit dem Schlechtesten nach Dutchback-Art von Badassery zu brechen Natürlich wird es zuerst das Chaos und Alle gegen Alle geben Aber später im Spiel werden die Situationen die Spieler wohl dazu zwingen, vorzugsweise kooperatives Verhalten zu wählen Es wird gesagt, dass das Spiel halt auch MMO-Elemente beinhalten wird Was genau sind denn diese Elemente? Also erstens das reichhaltige System von Quests Daneben gibt es Handel, Händlerdienste, Chats, Bounty-Listen, verbesserbare Fähigkeiten, Clans, Lobbys, Kommunikation im Spiel und im Menü Nivellierung, neue Funktionen freischalten, Beute, Drops Also nicht der erzeugte Drop, aber genau das, was der Charakter halt dabei hatte, der es fallen gelassen hat Grundsätzlich lassen die Entwickler die Spieler das Spiel zusammen spielen, ihre eigenen Loyalitäten und Gemeinschaften bilden und miteinander interagieren Es wird kein künstliches, endlos erzeugtes oder vereinfachtes Entertainment geben Die Entwickler haben einige Ideen für parallele Minigames und Nebenaktivitäten Aber da soll es wohl noch zu früh sein, großartig darüber zu sprechen Wenn die Hauptfigur stirbt, verliert diese all ihre Beute Aber es ist halt kein Permadeath Gibt es eine Chance, die Beute wiederzuerlangen von denen, die einen getötet haben? Also das Spiel bietet mehrere Möglichkeiten, liebe Freunde Um diese Verluste zu mildern Erstens, wenn der Charakter einen bestimmten Artikel im Augenblick des Todes, also ein Radionotsignal oder eine Fackel hatte Kann er diese automatisch aktivieren Entweder seine Kameraden auf dem Server per Beschwörung, also in einer sehr begrenzten Anzahl Oder selbst wieder als Scaf versuchen, die verlorenen Gegenstände wiederzuerlangen Zweitens wird es eine Art Versicherung geben, aber nicht in Form von Bargeld Diese Methode ist auf Versicherungsbetrug anfällig Sondern in Form von Einzelteilen Wenn sie nicht bereits geplündert wurden Wenn wir halt den Körper in einigen schwer zugänglichen oder schwer zu entdeckenden Orte bewegt haben Oder sie kurz vor Raid Ende gestorben sind Dann besteht die Chance, die versicherten Einzelteile zurückzubekommen Ist denn die Wahl wichtig in diesem RPG? Also spielt es eine Rolle, welche Fraktion man sich anschließt? Wird die Geschichte sich überhaupt ändern, wenn ich mich dafür entscheide, mehr als Händler zu fungieren? Die Hauptgeschichte ist zugeschnitten für einen bestimmten PMC-Charakter Unabhängig von unserer Tätigkeit Das Spiel halt trotzdem in vollen Zügen erleben zu können Doch später in den geplanten DLCs beabsichtigen die Entwickler Die spezifischen Fraktionsgeschichten näher vorzustellen, sowie neue Teilnehmer zu implementieren Wenn wir in der Lage waren zu entkommen, war es das dann? Ist das Spiel vorbei oder wird es ein Part vom Endgame sein? Es gibt immer etwas zu tun Fähigkeiten zu verbessern Nebenquests zu erfüllen, geheime Bereiche zu entdecken Nachdem die Flucht gelungen ist Kann man alles frei erkunden und noch neue Quests finden Zu den geräumten Raids zurückkehren oder ganz zu schweigen von den folgenden DLCs Dann war einmal die Frage Wie schwer es wohl die Schwierigkeit treiben wird, dadurch dass wir halt ohne HUD spielen Gibt es im Spiel Karten, die der Spieler nach der Erkundung der Region erlangen kann? Also natürlich haben die Entwickler Karten für jede Region in sehr hoher Auflösung entwickelt Einige bereits zur Aufklärung und Verwendung mit handgezeichneten Markierungen angepasst Die Spieler können auch ihre eigenen Marker platzieren oder die von Karten anderer Spieler abrufen und kopieren Was die Entwickler hier erreichen wollen, wie auch in anderen Bereichen des Spiels Ist den Spieler selbst zum Denken zu animieren Mit minimaler Unterstützung aus dem Spiel Jemand strandet zum Beispiel auf einem Abschnitt und hat keine Ahnung, wo er sich befindet Findet eine Karte und lernt diese zu nutzen Dieser soll dann dadurch halt einen taktischen Vorteil gegenüber dem haben, der sich mit der Karte nicht auseinandergesetzt hat Ja, dann kommen wir einmal zu der Frage, die sich immer wieder viele stellen und schon oft vorkam Und zwar gibt es Pläne, das Spiel auf Konsole zu bringen Dazu sagen die Entwickler wieder einige sehr, sehr, sehr weit hergeholte Pläne Allerdings ist es halt immer noch zu früh darüber zu reden Dann ist einmal die Frage, was war der schwierigste Aspekt bei der Schaffung von Escape from Tarkov? Also die Entwickler kämpfen in diesem Stadium damit, das Visuelle noch mehr zu polieren Und das Spiel mit der riesigen Welt auf den Maschinen zum Laufen zu bekommen Die Entwickler haben auch Probleme bei der Optimierung, Vernetzungsprobleme Die die Entwickler ständig überwinden müssen und Kettenreaktionen von Bugfixing Das wichtigste Ziel ist es nun, alle Aufgaben der Vernetzung im Zusammenhang abzuschließen Offensichtlich gibt es alle Arten der aktuellen Fehler, aber keine, die die Entwickler wohl nicht bewältigen könnten Gleiches gilt auf rein technischer Seite der Delivery Launcher Downloads Updates Aber davon behindert die Entwickler mittlerweile nichts mehr Und dann einmal die Frage natürlich, was macht am meisten Spaß gemacht? Also es gibt alle Arten von Spaß, aber es ist alles sehr branchenspezifisch Zum Beispiel sonderbare lächerliche Fehler, denen die Entwickler begegnen Insider-Witze und Momente, die durch Alpha-Tests passieren Oder mit der Community und dieser schrulligen, unerklärlichen Witze, die sich da einfach ergeben Zum Abschluss wird einmal die Frage gestellt, ob es irgendetwas gibt, das die Entwickler Dem Spieler über Escape from Tarkov unbedingt wissen lassen wollen Dazu sagen die Entwickler, dass sie das in den vorigen Fragen schon leicht angeschnitten haben Aber in erster Linie haben die die Absicht, aus Escape from Tarkov mehr als nur ein Spiel zu machen Sondern eine Erfahrung, an die man sich erinnert Und die Entwickler freuen sich, die Gefühle eines jeden Spielers zu sehen Die bereits die Alpha gespielt haben und deren Begeisterung geteilt haben Die Entwickler möchten, dass alle, die an dem Spiel interessiert sind Das mit anderen Spielen im Vergleich zu setzen und die Stimmung zu spüren Die Idee, die im Endeffekt die Entwickler versuchen zu vermitteln Als ob es das erste Spiel sei, dass wir in dieser Art gespielt haben Und wenn uns halt diese Art und diese Vision gefällt Wir unsere Unterstützung zum Ausdruck bringen, in jeder Form Die freundlichen Worte der Spieler, genauso wie Vorschläge Sind den Entwicklern ebenso wichtig wie alles andere Ja meine Freunde, das war im Endeffekt das Interview Nochmal mit den Entwicklern von Escape from Tarkov Ich weiß, da ist jetzt bestimmt einiges dabei Was euch vielleicht nicht unbedingt interessiert hat Oder was man sich schon aus vorherigen Interviews zusammenreimen konnte Beziehungsweise wo man die Antworten eigentlich schon parat hatte Das ist allerdings mit das Aktuellste, was ich zu Escape from Tarkov jetzt finden konnte Ich bin natürlich auch immer dabei, den Forum zu durchforsten Und da Neues zu finden Allerdings, wie gesagt, hält es sich da doch alles sehr ruhig zur Zeit Und ich hoffe, dass in der nächsten Zeit natürlich auch mehr Videomaterial kommt Und noch mehr Sachen, über die ich mit euch reden kann Ich bleib wie immer natürlich am Ball Und lasse euch es wissen, sobald dies der Fall ist Ja, an dieser Stelle, meine Freunde, wäre ich auch wieder durch mit dem ganzen Thema Wenn euch das Video gefallen hat Daumen nach oben, ihr kennt das Konstruktive Kritik wie immer in die Kommentare Und lasst mir vor allen Dingen auch noch in den Kommentaren Wie ihr das Interview im Endeffekt fandet Hat es euch weitergebracht, konnte es euch ein wenig beantworten Von dem, was ihr vielleicht noch nicht wusstet Und was vor allen Dingen fragt ihr euch selber Was sind eure ganz spezifischen Fragen zu Escape from Tarkov Die euch auf der Seele brennen Teilt sie mit mir Und vielleicht können wir darüber mal ein bisschen schreiben Ich wäre auf jeden Fall gespannt, was ihr da so im Köpfchen habt Ja, meine Freunde, wie gesagt, an dieser Stelle bin ich raus Ich wünsche euch noch eine schöne, angenehme Restwoche Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde Ich wünsche euch wie immer was, euer Gunshot Ich wünsche euch noch Einmal Ich wünsche euch noch eine schöne, angenehme Reine Kommt Und Es ist ein guber